30 Jahre Grüne Landtagsfraktion heißt für mich 15 Jahre harte Auseinandersetzung mit der SPD, aber auch ganz viel erreicht. Wir haben heute den Ausstieg aus der Braunkohle. Wir haben in Nordrhein-Westfalen ein offeneres und toleranteres Land und auch die Umwelt- und Klimapolitik hat einen anderen Stellenwert. Dass es jetzt erst richtig losgeht. Mit 30 fängt das Leben ja so richtig an. Viel gelernt in 17 Jahren Regierung und jetzt mit über 30 ist Zeit für den nächsten Schritt. 30 Jahre Grüne, was bedeutet das für euch als Paar? 30 Jahre Beziehung, zwei Kinder, Silberhochzeit und jetzt Opa und Oma. 30 wunderbare Jahre. Aber auch 30 Kilo mehr, oder? Jetzt wirst du wieder fies. Zusammen, zusammen. 30 Jahre Grün im Landtag bedeutet für mich mein halbes Leben und eine wahre Erfolgsgeschichte, die wir in diesen drei Jahrzehnten geschrieben haben. 30 Jahre eine parlamentarische Stimme für die auch im Land und der Bevölkerung vorhandenen Strömungen und Positionen von Zukunftsgerichtetheit, Demokratie, sozialer Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu haben. 30 Jahre lang immer die Themen, die eigentlich von den anderen Fraktionen im Landtag übersehen werden, in die Mitte des Parlaments zu holen. Und gerade die Themen Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit, aber auch die Umweltpolitik, die wären nie im Landtag angekommen ohne die Grünen.